die nachfolgende sendung ist nicht für zuschauer ohne humor geeignet oh nice und herzlich willkommen zurück zu star wars video von 2 und ja ja leon und ne ich wollte schon sein tag aber wenn ich das sind dabei habe ich dich jetzt beleidigt wir spielen galaktischer angriff auf kreid galaktischer schwanzgriff das war's ja wirklich komplett wie sich erst mal bitte beruhigen sie sich erstmal erneut werden sie sich doch einen Tee r.a.a. das ist lustig 1 spät noch für die Stoff an das soll mein Ziel in seiner ersten Folge mit von 2 ich treffe die Das ist eine Lüge. Stimmt dann, ich treff das. Ey, ich weiß hier, der nicht dran ist, ne? Ey, er rennt vor mir, ne? MarkeenSteam51228, schreib seine Kontonummer in seinen Namen rein. Schreib seine Kontonummer in seinen Namen rein. Nicht Handynummer? Nee, Handynummer ist nicht länger. Ich krieg keine Nummern von mir. Ey, du, wer war das jetzt? Alter, ich hab keinen Bock hier. Jetzt wird gejagt. Warum sind Mates so kleine Fisser, ne? Ich spiel jetzt auf Hells hier direkt. Dann kann man keine Mates bringen, Alter. Lass mich doch kommen. Ich spiel mich halt fucking... Anfangliga, Alter. Ich hasse das Sch... Äh, das Fliegen hier in dem Game, Alter. Nö, ich find das sogar eigentlich, wenn man sich dran gewöhnt ist, nice. Was ich halt gerne mal machen würde, ist... Ich bin echt ein geiles Raumschiff. Ich bin echt ein geiles Raumschiff. Ich bin echt ein geiles Raumschiff. Fliegen ist nur was für Droiden. Ey! Ist das? Hier ist einer hinter uns, hinter uns, hinter uns... Hinten auch abgestürzt. Also das fliegen hier ist nicht so geil. Mann, ich will den AT-SC... Ja, den wollte ich auch. Oh! Gib mir die ATS-T-Bis. Oh, jawoll. Manni. Want some cock? Please give me cock. Please give me cock. Ihr seid doch solche Autisten, alter. Please give me cock. Verglich mit euch kann man nicht spielen. Ist echt so mit Leon kann man einfach nicht spielen. Yo. Immer ich, du Arschgeburt. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Sonst. Bis unten. Huch. Upsalat. Boah, ich glaube ich hab mich hier so den Kill geklaut, Junge. Mir? Jemand, so'n Randy. Ach. Mir goes. Hey, ich geh voraus! Ich sehe auch irgendwie keine Gegner. Wie ist mir echt los? Ey, du, wenn noch einer vor mir läuft, gegen ein Bumper. Du bist... Bumper. Du bist... Bumper. Wie kann man sich ein Dusch-Gal-Gil-Tier denn? Wirklich, ich hab glaube ich kein Bock auf diese Mates. Diese Mates, wenn du fällst. Ich klauen den, der hat bei welchen die killt. Nein, die laufen nur vor mir, damit ich niemanden abschießt und dann werde ich mit einer Sniper abgeschossen. Wo ist das? Digga, wer würde denn echt nicht mal gerne in einen TIE-Fighter fliegen, Alter? Ich, weil ich damit abstoßen würde. Das war's hier aber wirklich... Kom-plett. Bester Flieger, der sagt das. Ey, wirklich, ich werd noch... Boom, Alter. Doom-Puff. Ey, wirklich, ich kriege die Krampf. Einer vor mir läuft. Doom-Control. Ich bin fast gestorben wegen dem Pisser. Ich hab Angst, dass hier Leute sind. Hä, welcher Schwanz schießt du auf mich, Alter? Ich bin im Einsatzgebiet und übernimm die Führung. Digga, wenn das nicht der Barbarenkönig von Clash of Clans war, Digga. Hier heißt einer Predator. Ja, hab ich auch schon gesehen. Ich hab den Predator getötet. Ich hab den Predator getötet. Ich hab den Predator getötet. Das Video ist übrigens in der Infokarte, fände ich. Ich hab das schon gesehen. Ey, that's pretty good. Willen reduziert's jetzt? Nee. Also, mich hat's interessiert. Lüge. Ich weiß wohl nicht. Alter, können wir hier mal durchkommen, Alter? Das ist echt ruhig. Jo, warum... Ich finde keine... Warum sind keine Leute an der Oberfläche, Alter? Ich bin da an der Oberfläche, aber die sind halt alle in Afghanistan. In Afghanistan, jawoll. Okay. Okay. Ich bin richtig unzufrieden für diese Hunde, ne? Nicht mehr Arsch. Oh, 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 oh. Ich weiß jetzt, was ich mach. Houston, wir haben ein Problem. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie alles ein eigentlich. Also, wenn ich... ...im... ...im... ...im echt hier wäre, ne? Hätte ich so Schiss, wenn... ...das hier die Decke nicht einstürzt, Junge. Jo, wenn du hier wärst in real life, hättest du Schiss vor allem. Ne. Ist echt so einfach so... Oh! Da... Da ist ein Schuss, oder? Da kam der nächste Schuss, oder? Vor allem, dass du einfach von einem Teejäger, zum Beispiel, einfach komplett gefickt wirst, wenn du da unten bist. Ne, wirst du ja nicht. Das ist ja irgendwie das Problem. Hä? Ich schieß dir gegen den Kopf, es passiert nichts. Hä? Ich hab grad absolut schüttel. Spielt jemand einen... ...X-Wing, Alter? Wow. Ist möglich. Können die scheiß AT-STs jetzt mal vollenden... Nein! Oh, jemand hat schon Vader. Hallo, meine Freunde. Ich spiel... Ich spiel die ganze Zeit einfach entweder Tee oder AT-ST. Oder... Ich. Oder Jet Trooper. Okay. Wir könnten mal... Galakt... Ich sehe aber keine Gegner, ne? Das ist gut. Starfighter jetzt für heute aufnehmen. Da bin ich nur zu gut für. Ich bin auch zu schlecht dafür, aber... Ich bin mit hin, wie es ist. Im Modus, deswegen. Ich bin nur die Talk so gut dafür, glaube ich. Äh, ich lagge? Was ist jetzt los? Anliefer! Uhhh! Das war jetzt Spaß! Und dann mal der Vader irgendwie... ...weiß nicht, sterben? Ich lag hier rum. Was ist denn das? Mein Internet ist ja nicht mal kackig. Läger von mir. Das war jetzt schwer. Ich hab dich nicht nur noch, ich spiel. Bitte helfen sie mir! Haben wir ziemlich nicespawn mittlerweile. Wir sind auf der selben Seite! Finden wir das? Wir werfen auf der anderen Seite? Das ist das Fudorius. Das ist niemand! Das ist nisch jemand! Hat echt wenige Leute unterwegs, muss man mal sagen. Oha! Und ist da einer! Hallo, der Typ ist direkt neben uns! Achso, Luke ist im Ding. Ich sagte, dass ein Igles fliegt hier rum. Ja, jetzt gerade. Ich kann noch mal, was Leute oben bringen. Ich spiele gerade einfach nur muss fangen. Funnel! Jäger-Karrett! Vielleicht doch, ich kann nicht fliegen! Bist du gerade runtergeflogen? Wahrscheinlich straight auf dem Boden geschützt. Ja! Äh, du brauchst gar nichts sagen! Das hast du nicht gesehen! Du brauchst gar nichts sagen! Das hast du direkt auf dem Boden geschützt! Weißt du was? Du hast gerade dieses, äh, Geräusch gemacht und dieses... Geschützding hier ist explodiert, Jörg! Ja! 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 Dieotischen Hälften! Danke, Lägg doch! Jetzt kannst du dir weder probieren, glas probably! Jetzt kannst du nicht spielen. Ich maxix. Aber ich finde auft vuelo, weiß ich geb mois еще. Am Problem! Aber ich find Kry� einfach geil. Allgemein die ganzen Tasen. aber Draußen mag ich nicht so. Nee, draußen find ich auch, nah, ist du Ja, aber drin ist nicht besser Ey, Liga, die ganzen Fettsäcke, ich werfe ihn, ich werfe eine Granate, der Typ knallt die gegen den Kopf, alter Flieg zurück, weil der Mate hier rumrennt, alter Mates sind doch das Schlimmste, was es gibt in diesem Game Und ein Typ, der mit dem RTS hier auf deinen Kopf rumläuft Und ich werd von... Ich red einfach nicht, der Darth Maul redt einfach direkt bei den Spawn rein und ich werd einfach von dem Anakin gespawntrapt, gefühlt Ich hab's nicht einfach abgesprochen Ikisouin ist natürlich in nem... Kleiner Schwitzer-Sinn Natürlich die Beide direkt, ne? Ja Mit echt kleiner Schwitzer-Sinn Nee Das waren Warnschüsse Digga, weil in ATS die Spiele nicht einfach geil ist, ne? Wenn das nicht einfach unfair ist Das mag sein, aber wen interessiert's Hehehe Das ist... Wir haben den Widerstand zurückgedrängt Als nächstes vernichten wir ihn endgültig Spricht mal ein bisschen vernünftig, Alter Da können wir ja jetzt nicht mal durch, ne? Ja Ja, leider können wir da nicht durch, das tun wir so lange Ihr seid halt so schlecht Wir sind halt zu fett Jetzt wird wir ja wir konnten Donner nehmen Wie ich will sie hier Camelsanglauben und Frankswerden Das skrt Das darf der father Meine Leichtschüsse gerade geblündet Ach, natürlich der 5 war ist äh oder mal hier mit meinem geschütz stehen ich will einfach einer von den mal weil würde fallen nämlich ein sift trooper mir doch egal allgemein sind die ekelhafter aber hier sind eben noch ekelhafter das ist so ekelhaft diese granaten ist wachgeschütz schütze jetzt wird endlich mal was vernünftiges hey wie oft haben die sonne durch an die kleinen wegseiten Das hat noch mal gekämpft, ja also Den kannst du auch nicht mehr Oh, jaja, den hab ich ja weggeschneipt, jull Geschneipt Oh, oh wie man, bitte, bitte Wo kommt Ray denn auf einmal her? Ray, Ray, Ray Skywalk Wie denn? Wie du den einfach wegfl... Wegräucherst, Alter Ich hab... Ey, nun soll ich auch ausprobieren Ich werde ich bei dem nächsten auch so machen Wenn ich hier Leben drüberkomme, Alter Natürlich nicht! Weil da zehn Wachgeschütze stehen Wirklich! Ich kann auch mit so vielen Wachgeschütze spielen Wie können allgemein so viele Leute bitte Wachgeschütze spielen? Jaja, wir check es nicht which one cool Dickser irgendwas Blöde Bbs Jetzt geht's rein in die Masse In die Olga Ich hab nur einen getötet, weil natürlich Da drei Jedis immer so hinterstehen Papa Nelson Wir müssten da vielleicht mal rangehen An der Randa Ich muss kurz Yoda räuchern Was?! Auf der dunklen Seite Ich dachte das Spiel macht Oh neee Hä? Ich bin gerade Vader geworden Ja richtig angekokelt Ja geil Digga, meine Feuergranate hat das Ding gekocht Ich hab da rangekokelt auch noch ein bisschen So gehört sich das So Leute Das war's mit dieser Runde Nee Ausräuchern Und Ich hoffe ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei Und Bis Dann Ja Ja Dann Ja Dan head Ja Untertitelung des ZDF, 2020